Da sind wir letztlich. Gut. Können wir aber auch hier einen hinpflanzen, da. Ich gucke gerade mal, wie viele Sitzlinge haben wir denn noch? Doch. Wir haben viele. Weil dann hatte ich nämlich vor... Dopp. Mal sehen, ob das das wird. Den hier können wir auch noch fällen. Da war gerade unser Sitzling. Wo, wo, wo? Nein, der ist ja irgendwo auf den Bäumen. Da. Da ist ja noch einer. Noch irgendwo einer? Da oben, das eine Holz, das muss noch weg. So. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Okay. Dann... Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.